Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Eurotrack Simulator 2, mein Name ist Cabour und wir sind auf dem Weg nach Frankreich, denke ich. Ja, Frankreich, genau. Und wir sind noch kurz vor... Wir sind kurz vor Liege, genau. Düsseldorf ist gegenüber, ja. Also noch ein sehr, sehr weiter Weg. Auf jeden Fall. Ja, was gibt es Neues? Ja, es gibt ja eigentlich wieder eine Lachnummer, wenn ich gerade mal so ganz ehrlich bin. Da hat Animal Tournament 4 den ersten Test veröffentlicht. Und was muss man verkündigen? Dieses Spiel mit dieser Grafik muss schon für die Playstation 4 heruntergetaktet werden. Also die müssen die Engine abschwächen, dass die überhaupt in der Lage sind, dieses Spiel flüssig auf der Playstation 4 laufen zu bekommen. Kann man überall nachlesen. Das ist kein Schnickschnack-Schnu. Aber das ist das, was ich ja schon ständig berichtet habe. Dass das, was die labern, die Sony und Microsoft und dies und jenes, dass das alles Luke und Betrug in meinen Augen ist. Auch wenn ich eine CD reinstecke und es ist einfach, wenn ich mir einen vernünftigen PC zusammenbaue, habe ich genau den gleichen Effekt. Also und das ist einfach das, was viele immer noch nicht verstanden haben. Es ist einfach ein Massenprodukt, was wenig kostet, euch viel entgegen, also viel abgenommen wird und dann einfach ein Millionengeschäft draus gemacht wird. Und das ist eine Frechheit. Aber gut, mehr will ich da nicht drauf eingehen. Einfach nur, dass man sieht, dass die Playstation nicht das ist, was sie seit Jahren immer mit gelogen wird. Ja, was kann ich denn sonst noch ansetzen? Ähm, diese Folge ist für Samstag, wo ich nicht da bin. Deswegen produziere ich gerade vor. Äh, bin gespannt, wie das Voting ausgeht, wenn ich dann Samstagabend wieder da bin. Äh, immer noch dran denken, bitte Leute, bei Facebook oder unter das Video schreiben, was ich für einen LKW fahren soll. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oh, ey, immer habe ich so einen Megalag einmal, ne? Ich glaube sogar immer so ungefähr zur gleichen Zeit. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ist der Regen auf jeden Fall vorbei. War ja ein kurzes Schauerchen, äh, Schauerchen da. Es einmal richtig vom Himmel gepieselt. So, gib ihn. Ja, 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 ja. Ja, das wird hier schon. Ja, auf jeden Fall, äh, bin ich gespannt, wie das Voting ausgeht, was wir uns dann für einen LKW holen. Ich gehe davon aus, wer... Warum ruckelt das jetzt so? Den trete ich gleich in seinen Arsch hier. Ich trete dir da drüben gleich in dein verlängertes Rückgrat, wenn das gleich hier nicht flüssig läuft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, äh, was will ich denn jetzt erzählen? Ja, ich bin gespannt, was für ein Voting ausgeht. Also, ich werde Sonntag die Folge dann aufnehmen, wenn wir diese Tour beendet bekommen. Und werde dann, äh, den neuen LKW kaufen. Das, was dann halt gewonnen hat. Ähm, bis jetzt steht ein Iwiko, ein MAN. Ja, mehr haben leider nicht abgestimmt. Schade, wenn ich ganz ehrlich bin. Hätte gerne mal gesehen, wie viele Leute sich dafür wirklich interessieren. Ähm. Na komm, bieg ab und schlaf nicht ein beim Abbiegen. Ich glaube, das sollte schon gut klappen, so. Wollen wir den mal anschubsen? Nein, ne? Wollen wir uns mal benehmen hier heute. Jetzt habe ich ihn abgebockt. Äh, abgewürgt. Guckt, und jetzt halte ich mein Lenkrad gerade und jetzt, das ist das auch gerade. So ungefähr müsste es sein. Aber ich habe einfach zu viel. Ich bewege hier mal fast gar nicht. Und da bewegt es sich schon sehr viel. Also, ich müsste das einfach mal besser einstellen in dem Sinne. Ja? Also, wenn ich überlege, dass es nicht mal voll ein... Ne, okay. Also, da hat man gerade gesehen, wenn ich vom Vollspiel zurückgehe. Ja, was ist denn jetzt hier? Alter. Äh, das Lecken, das geht mir gerade hier. Derb ist auch für Nüsse. Jawohl. Weiter geht's. Ähm. Ja, und dann bin ich gespannt, wer es gewinnt. Und dann haben wir ja auch zwei Fahrer, die dann für uns fahren werden. Weil ich werde den hier ja nicht verkaufen. Sondern den LKW hier bekommt dann, äh, den Fahrer, den wir jetzt haben. Und der, der neue Fahrer bekommt dann den alten, würde ich sagen. Genau. Und dann werden wir mal abwarten. Ja, so ein aufgetuntes Stückchen hier kriegt doch nicht jeder Fahrer. Ja. Ja, ich würde sagen, war ich ein bisschen schnell. Ach, du Scheiße. Jawohl, Bölte. Last you can, baby. Ah, wie schön der Pfeif. Das ist angenehm. Also, das muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr angenehm. Auch der neue Motorsound, den wir drauf gemacht haben, ist wirklich sehr cool. Äh, einmal F4. Frontlichter und Dachen. Lichter sind montiert, äh, sind an. Weil es fängt, ne, es ist 10.15 Uhr. Es müsste eigentlich heller werden. Ich hätte gerade gedacht, wegen den Lichteffekten auf der Straße würde es... ...dunkler werden. Aber anscheinend steht die Sonne jetzt nur ein bisschen doof. Warum bremst du? Da ist doch nichts, Trottel. Mann, Mann, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So. Lassen wir uns mal richtig jucken. Hier, jetzt habe ich schon wieder so gesagt, ne. Also, wenn ich bald mit dem Spawny die Wette eingehe. Ja, und nach jedem Sohn muss ich mir einen trinken. Na, dann Prost Mahlzeit. Aber ich glaube, dann wird der Spawny nur noch so, 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 so sagen. Nein, keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Ähm. Ja, bei Minecraft ist ja auch zur Zeit sehr lustig. Wir sind da ja in einer Mine. Und dies und jenes macht schon mega Laune. Ähm. Ja, wann Pro Evolution Zocker kommen, da haben wir jetzt auch schon wieder welche gefragt. Weiß ich noch nicht. Werde ich noch gucken. Ich muss das erstmal antesten, weil viele dann gleich schrieben. Ja, online, online. Leute, ich kann nicht online spielen gehen, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Ja. Vielleicht mache ich, was weiß ich, ein paar Folgen. Äh, Singleplayer und dann mal schauen. Wie es dann weitergehen wird. Das ist echt eine Frechheit. Äh, du siehst ja zu, dass du jetzt da Gas machst, ja. Oder ich schiebe dich an hier. Ah. VW. Typischen VW da vorne. Auto fürs Volk. Schon klar. Müssen wir eigentlich profen, aber ich glaube nach so einer langen Fährenfahrt. Nö, brauchen wir auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall gut ModTag machen. Ich bin mal gespannt, wie, äh. Wann es eigentlich mal neue News über das DLC gibt beim Euro Truck Simulator. Also, das würde mich ja wirklich mal sehr, sehr reizen, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Was es da so Neues gibt. Ich weiß, dass es in Polen was geändert wird. Also, die Euro, in Europa, so ein paar Städte. Aber halt, mich würde auch gerne interessieren, ob es da halt noch mehr Sachen zugeben würde. Ja, komm, keine Ahnung. Also, es würde schon sehr reizbar sein, um sowas zu hören, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ich auch mal geil finden würde, wenn jemand eine Map machen würde, die wirklich stimmen würde. Zum Beispiel von Deutschland, dass man wirklich nach Hannover fährt und das sieht alles da sehr exakt aus. Sowas wäre mal richtig geil. Ich weiß, das ist saumäßig viel Arbeit, aber... Ich glaube, wenn Euro Truck Simulator so ein Spiel rausbringen würde, dann kann man auch mal ruhig 50 Euro dafür bezahlen. Für so einen Aufwand. Aber man hätte noch mehr Spaß an dem Spiel, wo ich finde, dass die Landschaft hier schon sehr geil ist, ja. Wo wir nach Holland gefahren sind, dass da Radwege links und rechts waren. Und all sowas, also so kleine Details, sodass hier überall Büsche sind und sowas. Das ist schon sehr cool. Warum habe ich heute eigentlich so einen Bleifuß, kann mir das mal einer sagen? Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Tempomat an. Jawohl. Dann haben wir hier einen konstanten Bleifuß, ey, der Fuß ist ja nur in der Ölwanne. Ich glaube, hier dürfen wir jetzt eh mal beschleunigen wieder. Ich habe zwar noch kein Schild gesehen, aber... so dürften wir jetzt kein Ergabe. Komm, wir nehmen auf jeden Fall beide Spuren, der hinter uns soll ein bisschen warten. Jawohl. Der Runa mit dem Gachia. Na, da kommen wir jetzt mit Sicherheit in der Ampel oder so. Puft sich. Jawohl. Auf jeden Fall, um nochmal auf die Playstation zurückzukommen, finde ich das eine Lachnummer. Wenn man überlegt, ähm, dieses Spiel, die Konsole kommt erst zum Weihnachtsgeschäft. Ja, bis dahin kommt auch schon wieder eine neue NVIDIA-Grafikkarte. Auch von ATI. Ja, ich weiß, aber es geht jetzt einfach mal ums Prinzip. Und, ähm, die 680er ist jetzt schon schneller, wie die von der Playstation. Ähm, ja, die Titan ist dreimal schneller, wie eine Playstation. Und auf dieses Niveau wird die nächste Grafikkarte sein. Ähm, die nächste Generation von NVIDIA, das haben sie angekündigt. Und dann muss man sich mal wirklich überlegen, das ist eine Lachnummer, Leute. Ja. Es ist eine Lachnummer, dass sich eine Konsole zum Weihnachtsgeschäft rauskommt. Ja, und sie nicht mal die Anforderungen der nächsten Generation der Spiele schaffen wird. Auf der Detailstufe, die wir am PC spielen. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist eine Lachnummer. Ja, und dann zu sagen, boah, das ist High-End. Das ist die neue High-End-Konsole von Sony Playstation. Soll ich euch eine ganz ehrliche Antwort geben? Deswegen können sie sich untere Morpheus schieben oder ganz perivers, äh, untere Kimme schieben, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Es ist einfach kein High-End. Es ist eine einfache, stinknormale Konsole. Ja, und kein High-End oder irgendwelchen anderen dünniges Kram. Und das finde ich einfach so eine übelste Lachnummer, dass man dazu High-End sagt. Was nicht mal die nächste Generation der Spiele schafft. Also, ja. Aber zu Hardware-Komponenten habe ich mich ja schon genug geäußert mit SLE oder Crossfire halt und dies und jenes. Dass man halt sich vorher Testberichte durchlesen soll. Wie viel Performance man auf seiner Grafikkarte mit dem SLE-System rausholen kann. Und dies und jenes. Und aus dem Grund könnte er in dem Sinne jedes Spiel immer volle Pulle spielen. Es ist egal, wie man es macht. Man muss nicht mal volle Pulle Geld investieren. Man kann auch weniger Geld investieren. Und ich kann trotzdem jedes Spiel auf High-End spielen. Ja, und ich finde es einfach nur eine Lachnummer, dass nachher die Playstation 300, weiß ich nicht, 300, 400, 500, 600, 700 Euro kosten wird. Keine Ahnung. Ähm, damit befasse ich mich auch nicht, weil ich würde niemals einen Cent dafür ausgehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Na, ich kaufe mir lieber 6,90er und gebe dafür Geld aus und weiß, was ich habe. Bin ich ganz ehrlich. Ähm. Und habe mehr Spielspaß, habe mehr, äh, grafische Effekte. Ja, kann auf eine Auflösung gehen, da träumt der Führer von. In Spiele. Und was eine Playstation nicht kann. Eine Playstation kann nur Ultra HD in Filme. Und sonst ist sie auf 1900 begrenzt. Und wenn die Playstation veraltet ist, werden wir alle auf, na, ich schätze mal auf eine Auflösung von 2000, über 2000 auf jeden Fall spielen. Also da wird der Drang dann hingehen. Es liegt einfach daran, ich finde es einfach ein bisschen Betrug, was sie mit einem machen. Ja, also, und dann, ähm, so wie ATI und AMD sagen, ja, Nvidia kann nicht mit Komponenten arbeiten, deswegen sagen sie, die Playstation ist scheiße. Die Playstation ist einfach scheiße. Ja, und Nvidia hat auch gesagt, sie würden da nie wieder ein Geld für reinstecken in so eine Konsole, weil es einfach ein Marktbremser ist, ja. Man muss sich wirklich sagen, guck mal, wie, äh, Quisis, etc. Die Quisis-Engine wird noch schlimmer, ist schlimmer wie von Animal Tournament. Ja, was passiert denn mit Quisis 3 dann? Ja, läuft das dann auch nur auf, äh, minimale Abspeckung wieder, dass es so ein bisschen Details mehr sein wird? Also, keine Ahnung. Also, ich sage, wenn das Ding im Winter kommt, dann können wir ja davon ausgehen, dass, äh, im Februar, März, so wie jetzt, auch wieder geile Spiele rauskommen werden, die dann schon nicht mal mehr auf Volldetails auf der Playstation 4 laufen werden. Und das finde ich ärgerlich für Leute, die das Geld dafür ausgeben. Steckt lieber das Geld in den Computer oder hört lieber ganz auf zu zocken. Und die Xbox wird auch nicht viel mehr Leistung haben. Also, davon gehe ich vollkommen aus. Das ist immer ungefähr das Gleiche, weil sie nämlich auch gar nicht wissen, wohin mit der Temperatur. Das ist nämlich einfach das Problem, wenn ich überlege, meine Grafikkarten schmeißen hinten, wenn man sie voll lastet, zwischen 70 und 80 Grad hinten raus, wenn man sie mit Propellern betreibt, ja, wenn man sie auf Wasserkühlung setzt, ist das so ganz was anderes. Aber wo soll das in so einem kleinen Gehäuse hin? Wohl bemerkt. Das muss man ja wirklich mal dazu sagen. Bei mir ist es halt Wasser, aber trotzdem, es geht einfach ums Prinzip, Leute. Es hat einfach was mit einem logischen Denken zu tun, finde ich, dass so eine Playstation niemals, und das ist nicht unterstellt oder irgendwas, niemals an eine Leistung eines PCs herankommen kann. Klar, habe ich einen 1800 Windsturmrechner, ist das logisch. Ja, aber trotzdem, wenn ich mit dem aktuellen Markt mitlaufe, kann eine Playstation niemals einen PC schlagen. Und sie wird auch das niemals schaffen, weil wir einfach viel mehr Volumen haben, wo wir was unterbringen können. Ja, also wenn ich mir überlege, die 96er ist schon genauso groß wie die Playstation. Also, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt einfach so. So ein Ding kannst du gar nicht da rein proppen. Und das ist einfach das, was keiner verstehen will. Ich will da jetzt rüber. Lässt du mich jetzt rüber oder muss ich dich so ein bisschen drängeln? So, haben wir ein bisschen gedrängelt. Auf jeden Fall fahre ich die Tour zu Ende, Leute. Geht das Video ein bisschen länger. So, Blinker setzen und... Oh, 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 da waren wir die Räder in der Luft. Da war ich doch wohl etwas schnell. Aber passt schon. Ja, auf jeden Fall werde ich dieses Thema jetzt erstmal nicht mehr ansprechen. Klar, gibt es natürlich wieder neue News, wird es darüber wieder berichtet werden. Äh, über ATU oder so kann ich zur Zeit nichts berichten. Es werden keine News großartig veröffentlicht. Auch nicht über Treiber. Bei NVIDIA zur Zeit auch nicht. Es gibt zur Zeit keinen Beta-Treiber, sondern nur den aktuellen. Wo eigentlich alle Spiele auch gut drauf laufen. Bei Biostock könnte noch ein bisschen besser sein. Bei Tomb Raider auch. Aber das macht halt nichts. Damit kann man leben. Ähm. Bei Windows 7 gibt es was. Genau, Leute. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr Windows 7 habt oder Windows Vista. Es gibt ein Sicherheitsupdate für die Festplatte. Das heißt, 3, 3, 2, 4 hinten am Ende. Müsst ihr eurem Protokoll gucken. Das müsst ihr wieder deinstallieren. Sucht mal danach. Informiert euch darüber, wenn ihr das installiert habt. Dadurch könnt ihr einen Blue Screen bekommen. Kennt ihr jemanden, der einen Blue Screen hat? Der soll bitte das Betrieb, den Rechner runterfahren. Ist logisch. F8 beim Hochfahren drücken. Danach auf Wiederherstellungspunkt gehen. Also wiederherstellen. Und den Rechner wieder zurücksetzen. Und danach sollte das Problem beseitigt sein. Ja, sonst gibt es auch eigentlich gar nichts. Großartige News anzukündigen. Ähm. Das mit Windows ist wirklich sehr wichtig. Kümmert euch da drum. Also ich habe ihn drauf. Ich habe kein Problem. Aber die Forms sind voll davon. Und auf der Firma hatten wir damit auch übelste Probleme. Also daher. Ähm. Ja. Kann das halt davon kommen. So, jetzt haben wir... Oh. Werden wir probieren, das irgendwie hinzubekommen. Das gute Stück hier rein zu zirkeln. Ohne nach draußen zu gucken. Ja. Ja. Und mir ein Kollege hat sich meine Videos eingeguckt. Er hat gesagt, dass du nach draußen guckst. Du kannst dann echt auch nicht den Arm nach draußen halten. Äh, den Kopf. Ja, ist ja in Ordnung. Jawohl. Ha. Wenn einer nochmal sagt, ich kann kein LKW fahren, ne. Der hat keine Ahnung. Hahaha. So. Da gucken wir gerade uns den Auftrag an. Was für... Na. T müssen wir noch drücken. Ausgezeichnet. Also leckt mich an den Fußnägel. Jap, 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 jap. Fortfahren. Wir haben Level Up. Auf was gehen wir, Leute? Just Time Lieferung. Aber wir machen erstmal hier zerbrechliche Fracht. Oh. Anwenden. Ja. Na, pfeift er nicht? Oh. Ja. Ich sage auf jeden Fall. Schaui laui. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Wir hören uns alle am Sonntag wieder. Bis dennne. Ciao, ciao. Und denkt daran, voten oder drunter schreiben, welchen LKW ab Sonntag kaufe ich einen neuen LKW. Bis dennne. Ciao, ciao.